Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Gamaschen-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Die besonders günstigen Gamaschen von Lixada erhalten Sie bereits für 11 Euro. Sie bestehen aus einem atmungsaktiven Polyester-Punge, welches zusätzlich reiß- und abriebfest ist. Die Gamaschen sind mit einem Reißverschluss versehen, was das An- und Ausziehen vereinfacht. Sie können die Lixada-Gamaschen zum Wandern, Radfahren oder Bergsteigen nutzen. Das Modell schützt Ihre Beine vor Wind, Regen und Schnee. Gleiches gilt für Insekten, wie Mücken. Allerdings zeigen die Gamaschen im Test, dass durchaus Wasser eindringen kann, was die Autofunktionalität ein wenig minimiert. Die Gamaschen befestigen Sie mit einem Metallglattverschluss, der sich an der Unterseite befindet. Dadurch bleibt der Beinschutz festsetzen. Von Vorteil sind die verstellbaren Schnallenrimmen, die die Fixierung am Schuh ermöglichen. Die Gamaschen sind nur in einer Größe erhältlich. Dafür können Sie aber zwischen verschiedenen Farben wählen. Auf Nummer 4. Ob Eisklettern, Wandern oder Gartenarbeit. Mit den Sovin-Gamaschen schützen Sie Beine, Füße und Schuhe bei den verschiedensten Aktivitäten vor Feuchtigkeit und Schmutz. Die schwarzen Gamaschen wurden aus einem robusten 1000 Nylon-Gewebe gefertigt und sind in den Größen SXL erhältlich. Es handelt sich hierbei um recht günstige Gamaschen, die Sie bereits für unter 20 Euro erhalten. Das Material ist wasserdicht. Für besonders viel Stabilität sorgen die verstellbaren Trageriemen. Allerdings sind diese nicht ganz so robust. Anstatt auf Gummibänder zu setzen, nutzt diese Gamasche zur Fixierung am Schaft eine Schnalle. Dies kann sich mitunter aber als ein wenig störend erweisen. Von Vorteil sind aber die beiden Ersatzschnallen, die im Lieferumfang enthalten sind. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3. Die Gamaschen von Horze schützen Sie draußen vor Wind, Regen und Schmutz und sind vor allem für Reiter sehr gut geeignet. Es handelt sich hierbei um Gamaschen, die aus einem synthetischen Leder gefertigt wurden. Das Material ist besonders strapazierfähig und hochwertig. Darüber hinaus erkennt man zu echtem Wildleder rein optisch kaum einen Unterschied. Dies gilt auch für das Tragegefühl, welches durch die atmungsaktiven Eigenschaften des Materials nochmal verstärkt wird. Die Größenangaben sind mitunter nicht immer stimmig, was die Bestellung mitunter verkomplizieren kann. Die Horze-Gamaschen weisen eine Verstärkung am Rist auf, die zusätzlich konturiert ist. Für mehr Bewegungsfreiheit sorgen zusätzlich elastische und gerippte Einsätze. Von Vorteil ist zudem der ebenfalls elastische STG, der die Gamasche mit dem Schuh verbindet. Sie öffnen den Beinschutz mit einem Reißverschluss, welcher am unteren Ende zusätzlich mit einem Druckknopf gesichert ist. Bei Nummer 2 Die Pre-Up Outdoor-Gamaschen wurden aus einem wasserdichten, robusten 600D Oxford-Gewebe hergestellt. Darüber hinaus ist die günstige Gamasche atmungsaktiv. Sie erhalten die schwarz-dunkelgrauen Gamaschen in verschiedenen Größen, SXL. Die Gamaschen können sie zum Bergsteigen, Skifahren, Wandern oder Eisklettern gleichermaßen nutzen. Die Gamaschen von Pre-Up weisen ein ergonomisches Design auf. Es gibt einen breiten Klettverschluss sowie für den besseren Halt zusätzlich einen Gummizugpunkt. Dieser lässt sich einfach auf die gewünschte Größe vorstellen. Zu beachten ist, dass die Gamaschen mitunter etwas schmaler ausfallen. Für zusätzlichen Halt sorgen ein Sohlenspann und ein Metallhaken. Die Reinigung ist erdenklich einfach. Sie nutzen hierfür ein feuchtes Tuch und wischen den Dreck ab. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Die hochwertigen Gamaschen von Outdoor Research sind atmungsaktiv und wasserdicht zugleich. Die Außenseite besteht aus Cortex-3L-Gewebe und die Innenseite aus Cordura 2 Liter. Das Modell erweist sich als äußerst robust bzw. abriebfest. Die Outdoor-Gamaschen schützen sie vor Wind, Schnee und Regen. Sie tragen diese Modelle unter anderem auf Ski- und Hochtürren. Zu den wichtigen Funktions- und Sicherheitsmerkmalen gehören ein robuster Schuhriemen und verstärkte Stiefelhaken bzw. Cordura-Verstärkungen. Darüber hinaus besitzen die Gamaschen rückseitig einen Schnallenverschluss sowie einen Klettverschluss auf der Vorderseite. Die Outdoor-Research-Gamaschen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Die Preise zwischen den einzelnen Modellen variieren. Darüber hinaus gibt es auch Kinder-Gamaschen. Insgesamt gehören die Gamaschen zu den teureren Modellen im Vergleich, bieten dafür aber sehr viel Qualität und punkten mit einer hohen Langlebigkeit. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.